Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier wieder zurück zu Colin McRae Dirt 2. Wir sind eigentlich schon durch, wir sind eigentlich schon der unangefochtene Champion, aber nichtsdestotrotz haben wir hier noch weitere Events freigeschaltet und werden die natürlich auch runter rocken, weil wir es können. Wir sind in Utah angekommen und da oben ist Trailblazer, wartet auf uns. Nochmal zwei schöne Rennen voller Vorfreude. Gehen wir natürlich rein auf dem Schwierigkeitsgrad seriös, denn wild, ihr wisst, trinke ich auf den Deckel, das will ich nicht. Jo, und wir können hier mit diesem komischen Flitzer, der so ein bisschen an die Formel 1 erinnert, aber irgendwie dann auch nicht und irgendwie dann doch mehr so an Schneeschieber oder ich weiß gar nicht, was es sein soll. Mal schauen, mal schauen. Oh, es dürfen aber alle mit dem Dallenbacher Special, oder? Du könntest ihn dir doch aus dem Baumarkt gerade ausleihen. Na, mal schauen, wie sich das Ding fährt. So, das ist der Dallenbacher, aber auch Kernblock mag den Dallenbacher. Gibt es das Auto wirklich? Das kann mir keiner erzählen, dass es dieses Fahrzeug gibt, oder? Wie sieht denn der eigentlich von innen aus? Alter Latz, das ist der Dallenbacher. Der Dallenbacher. Nur echt mit dem roten Dallenbacher. Okay, mal schauen. Ähm, joa. Hat auf jeden Fall... Okay. Gleich wollen wir anfangen. Gleich wollen wir wieder von vorn. Ich glaube, welche Kamera hatte ich denn immer? Die hier hatte ich, oder? Das scheint ein etwas älteres Stück Technik zu sein. Zumindest, oder? Von der Steuerung? Ich habe keine Ahnung. Von wann ist das Ding? Gibt es das überhaupt wirklich? Haben sie natürlich clever gemacht, ne? Haben sie einfach mal so einen kleinen Pfosten, so einen kleinen Stein da in die Mitte gesetzt, dass man da nicht abkürzt. Also, richtig schnell fahre ich gar nicht, aber... Ich finde, so eine kleine Federung hätten sie reinbauen können. Ja, also, so bei 190 ist langsam auch Schluss. So viel bremsen muss ich gar nicht. Das hat verdammt viel Grip. Man driftet kaum. Ich muss sagen, von der Beschleunigung. Hier bremse ich dann doch. Seht ihr das? Es driftet wirklich kaum. Sobald ich nur ein bisschen bremse, kommt man echt gut rum. Ey, das Fahrzeug ist ein erstaunlich gutes Ding. Hat zwar jetzt nicht ganz so viel Bums wie unser aufgetunter Subaru, aber... Hier durch den Canyon. Das ist natürlich immer gefährlich. Oh, da vorne ist er schon. Durch den Canyon ist immer gefährlich. Davor hat sich der wieder gedreht. Ne. Ne. Geirrt. Okay. Aber wenn er einmal driftet, dann ist er auch komplett raus aus der Nummer, ne? Ne. Das Ding ist geil. Das ist so ein bisschen wie der Rasentrecker. Wie der Rasentrecker von meinem Opa. Da bin ich auch immer so schön durch den Garten gepäst. Ja, okay. Also man darf die Handbremse gar nicht benutzen. Wirklich ganz dosiert, nur mit der Bremse. Dann geht's. Dann soll's funktionieren. Alter Latz. Na, 215, ne? Aber ich glaub, mit unserem Subaru hatten wir eigentlich schon 240 drauf. So. Aber, ey, krass. 15 Sekunden vorne. Aber, ey, Leute. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Warum spielst du es nicht auf dem Schwierigkeitsgrad wild? Immer wieder das leidige Thema. Aber ganz ehrlich, dann hätte der jetzt einfach noch eine geilere Zeit. Es ist so. Du bist hier drei Minuten vorne, aber einen Schwierigkeitsgrad weiter vorne. Und, ähm, die ziehen dich einfach hier vom Leder. Du hast keine Chance mehr hinterher zu kommen. Ach, krass. Was war denn das für ein Zaun? Sonst kann ich hier dieses komische Pappzaun immer einfach umrattern. Hier, glaubt's nicht. So, das ist gefährlich. Da hinten kommt, glaube ich, wieder eine extrem scharfe Kurve, oder? War das der Canyon? Ne, es war nicht der Canyon. Okay. Raus aus dem Canyon ins Licht. Bei 200 Sachen ist er auch langsam dicht. Ob du es wusstest oder auch nicht. Hier endet gleich meine Schicht. Wunderschön. Dieses kleine Gedicht entspricht mir nicht. So, krass. Fast 23 Sekunden vorne. Also 210 hier so leicht bergauf, dann ist wirklich Schluss. Mit dem Rasentrecker. Mit dem Rasentrecker über den Acker. Und dann ins Ziel. Und noch viel weiter. Ich glaub, ich hab alle überholt, oder? Hab ich alle überholt? Ich hab keine Ahnung, warum mir da gerade hinten ein Teil abfällt. Aber da fällt einfach mal was ab. Das gehört auch immer dazu. So. Und ich vermute jetzt mal den ganzen Weg wieder zurück, oder? Wir sind ja auch hingefahren. Und da kommt jetzt natürlich keiner vorbei und fährt das Fahrzeug wieder zurück. Das muss man schon selber fahren. Aber es ist ganz geil. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, die letzten Events, da muss man einfach nochmal dieselben Events nochmal fahren. Ich meine, muss man ja auch. Muss man auch. Aber man kann hier eben solche alten Karren nochmal freischalten. Das ist eigentlich ganz witzig. Also ich vermute mal, dass das Ding alt ist, oder? Das ist doch jetzt... Das ist doch nicht neu, oder? Das ist doch irgendwie... Würde das heutzutage entwickelt werden, wäre das doch nicht sehr eckig. Das wäre doch irgendwie rund. Heutzutage ist doch alles rund. Sieht immer aus wie so ein rund gelutschtes Bonbon. So. Ja. Wie ich es angenommen habe, den ganzen Weg wieder zurück. Nochmal aufgetankt. Das Ding hat wahrscheinlich einen Spritverbrauch von 20 Liter. Wenn es reicht. Wiegt nichts. Also für den wochenendlichen Ausflug ist es sehr ungeeignet. Er ist nicht so richtig schnell, oder? Da kommt ein... Ich meine, 230 ist jetzt auch nicht wenig. Es kommt einem irgendwie nicht so schnell vor. Aber es lenkt sich erstaunlich gut. So, drei Sekunden vorne, ich habe nur Gas gegeben. Nur Vollgas. Nichts anderes. Vollstoff. Und wieder in den Canyon rein. So, das ist auf jeden Fall nicht der Canyon, den ich meinte, oder? Ah doch, hier muss ich bremsen. Aber seht ihr das? Alter, die Karre driftet einfach nicht. Das ist geil. Du lenkst ein und die hat hinten so breite Räder. Du kommst einfach um hier. Aber wenn er dann driftet, ne? Wenn du die Handbremse einmal ziehst, dann ist es vorbei. Das sind einfach die Goodyear-Reifen, dann sind die auch am Ende. Ah, das ist schön. Schönes Fahrzeug, gefällt mir. Würde ich mir zwar jetzt nicht kaufen, wenn es da wäre, aber so als Geschenk... Joa, nehme ich mit. So. Kernblocki. Oh, okay. Ah. Ne? Er driftet nicht, aber wenn er driftet... Das kann man ja nicht driften, denn. Dann verliert er einfach komplett die Traktion. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein... Eine magische Kmh-Grenze, wo er dann absolute Traktion verliert. So, mein Junge. Da haben wir ihn schon. Zack. Das musste sein. Das musste jetzt einfach sein. Die volle Breitseite. Das ist wie so ein Spielzeugauto, oder? Das ist so geil. Das ist wie so ein Formel-1-Fagen, der einfach zusammengestaucht wurde. So rechts und links haben wir in die Schrottpresse... ...so nach der Hälfte der Zeit gesagt... Ach komm. Ne, lass mal. Wir verschroppen das Ding nicht. Und dann hat man gesehen... Eigentlich sieht das eigentlich ganz cool aus. Wir bauen oben noch ein bisschen was drauf. Wir schweißen da noch ein paar Blechteile dran. Joa. So, damit sind wir auch im letzten Drittel. Kernblock. Ist ganze 8,5 Sekunden hinter uns. Ja, ich weiß. Er hat auch zu kämpfen mit diesem Fahrzeug. Er hat einfach auch nicht die Coolness. So. Das letzte Drittel. Ne, das letzte... Letzte Viertel. Und jetzt ist das die Hälfte vom letzten Viertel. Also das letzte Achtel. Und gleich sind wir beim letzten Sechzehntel. Und... Uh, das war Glück. Dadurch, dass ich gerade so abgehoben bin, habe ich den Stein passiert. Und da ist das Ziel. Kernblock mit 3,14,7 im Ziel. Wir ziehen nach mit 2,59. Das ist natürlich ein ordentliches Brett, ne? Zack. Erster Platz, Konfetti-Regen, Umweltverschmutzung. Alles dabei. Alles in einem Paar. Also Umweltverschmutzung aufgrund dieses extrem schlecht gebauten Fahrzeuges, was wahrscheinlich durch keinen TÜV mehr durchgehen würde, durch keine Abgasuntersuchung durchkommen würde. Und dann natürlich hier nochmal der Konfetti-Regen. Der wird wahrscheinlich auch einfach da liegen gelassen. Das kommt doch keiner weg. Kann mir doch keiner erzählen. Egal. Egal. Würde ich sagen, schaffen wir noch einen, oder? Level 54. So muss das sein. Glückwunsch zum Sieg im letzten Event. Weiter so. Vielen Dank, Kernblock. Für deinen herzlichen Eintrag in deinen Blog. Oder so. Okay. Was kam nach Utah? Das war es ja jetzt. London. London Calling. Haben wir noch einmal. Rallycross Legends. Drei Rennen. Fahren wir natürlich auch wild. Alter. Warte mal. Haben wir vielleicht noch ein anderes Fahrzeug? Den kennen wir ja jetzt schon. Da nehmen wir auf jeden Fall den AMG Metro. Keine Ahnung. Den nehmen wir. Gekauft wie gesehen. Sehr geil. Auch wenn wir im letzten Park, glaube ich, gemerkt haben, dass alle, die mit diesem Fahrzeug gefahren sind, letzte wurden. Aber gut. Das liegt an denen. Alle, die mit dem Ford gefahren sind, waren auf dem vorderen Ring. Aber okay. Wir probieren es. Meine Güte, ich habe irgendwas. Der Kaffee löst einmal alles. Oder ich habe ihn hochgewirkt und er kommt gerade wieder aus der Nase zurück. Ich weiß es nicht. Geht das? Bestimmt. Das sieht irgendwie auch aus wie so ein Spielzeugauto. Also hätte ich das Auto damals mit sechs Jahren gesehen, hätte ich gesagt, Papa, das will ich haben. Der hätte gesagt, du hast die von dir alle. Du kriegst den Ford. Du kriegst den Ford. Und ich dachte, nee, auch nicht den Ford. Und insgesamt ist man dann rückblickend natürlich sehr froh, dass man dann doch den Ford gekriegt hat. Denn es war einfach die weisere Wahl eines älteren Mannes, der einfach Ahnung hat vom Leben. So. Katie Justice führt die Bande an, hat dasselbe Fahrzeug wie wir, aber natürlich in der schönen Lackierung in rosa. Ich muss erst mal sagen, also das fährt sich jetzt nicht schlecht, das Ding hier. Fährt sich nicht schlecht, sagte er und drehte sich. Aber es liegt jetzt nicht in dem Fahrzeug. Da hinten, diese Kurve, die war immer gefährlich. Das hebelt einen hier so komisch aus. Dann wollen wir einfach langsam rein. Langsam mit Bedacht. Ach, hör doch auf damit. Was soll denn das? Wie viele Runden müssen wir abfahren? Drei Stück? Drei Stück, drei Events. Und ich glaube, das war die erste Runde schon. Zweiter Runde. Ich muss echt sagen, der fährt sich so ähnlich wie unser Subaru. Also natürlich nicht ganz so spritzig. Von der Beschleunigung fehlt ein bisschen was. Ich finde auch irgendwie, der fährt... Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht fahre ich immer falsch, aber der fährt... Die ganzen Autos so ein bisschen... Alter, Johnny. So ein bisschen unterturig, oder? Naja, gut. Also der Drehzeitmesser ist im roten Bereich. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ja, Katie. Katie, was ist los? Meine Güte. Also was ich echt sagen muss bei den neueren Autos, sind die Bremsen geiler. Bei allen alten Kamellen hier, die Bremsen sind echt scheiße. Das dauert ja ewig, jeder mal ein bisschen bremst. So, beschleunigungstechnisch... Sind wir tatsächlich besser, obwohl der andere Typ da eigentlich bessere Werte hat? Aber das liegt wahrscheinlich auch an dem Gewicht des Fahrzeugs. Ist okay, die Justice. Du redest heute gar nicht. Warum denn das? So, John Harrison. Den, der also ganz selten mal im Let's Play irgendwie bemerkbar gemacht hat. Aber wenn er da war, dann immer mit einem Knall. Und hat mich so ein bisschen genervt, ne? Er mit seinem Zurück in die Zukunft-Auto. Dem seine Currywurst wird kalt, deswegen beeilt er sich so. Alter, der fährt aber auch gut. Ja, muss man sagen, der beherrscht sein Fahrzeug. Jetzt könnte unsere Chance sein. Yo. Every time the same fucking Fehler. Scheiße, ich hab nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Okay, dann müssen wir ganz schnell Wagen zurücksetzen. Ganz schön still, Leute. Yo, das war natürlich jetzt. Wir spielen es auf wild, von Fürdefranz. Auf wild. Das heißt, du hast nur zwei Wiederholungen. Ärgerlich. Das habe ich gerade nicht bedacht. Mein taktisches Vermögen. Ich habe gestern, Leute, ich habe gestern mit meinem neuen Let's Play angefangen. Denn wir müssen natürlich die Wolfenstein 3D-Ära noch vollenden. Wolfen, wir sehen, ob ich es jetzt zusammenkriege. Ich habe es im Let's Play, habe ich es falsch gesagt und ich habe es nicht hingekriegt. Also, Wolfenstein 3D, Spear of Destiny, ey, Rückkehr in Action. Ne, Rückkehr in Gefahr, sehe ich da wieder falsch. Das ist Mission Pack 3. So. Da bin ich gerade. Das ist das letzte Mission Pack. Und danach kommt dann ein Return to Castle Wolfenstein. Also, das ist aus dem Jahre 2000. Also, das letzte Ursprüngliche. Und ja, mir wurde ein bisschen schwindelig. Da hat die Grafik echt... Wow. Das ist übel. Aber ist eigentlich ganz geil gemacht. Ich finde sowieso Wolfenstein 3D ein herausragendes Spiel. Und da jetzt noch ein paar neuere Level. Äh, ist sowieso geil. John Harrison hat es gedreht. Der hat einfach nur meinem Gelaber zugehört. Und ist in Narkolepsie gefallen. So, okay. Die Justice führt. Das fällt hier an. Und das nicht zu knapp. So. Die kriegen wir aber. Die kriegen wir. Keine Sorge. Und wenn wir sie nicht kriegen, kriegen wir so ein nächstes Rennen. Es sind ja drei. Oh, komm. Ah, in der Kurve darf ich mich nicht übernehmen. Da denkt man immer, ey, jetzt richtig schön stoffen. Du kommst wieder ran. Aber, nee, ist falsch. Hier darf man auch nicht zu viel Gas geben. Machen die auch nicht. So, jetzt. Jetzt ist unser Zeitpunkt gekommen. So, Katie. What's up? What's up? So. Ausgenockt. Und auf einmal hat sie ihre Worte wieder gefunden. Oh, Flitzer. So nannten sie mich alle. So nannten sie ihn. Das war er. Oh. Letzte Runde. Ich hab noch beide Wiederholungen. Falls hier wirklich was in die Hose geht. Jederzeit. Allzeit bereit, die R1-Taste zu drücken. Und hip. Meine Güte. Es zieht einer rum. Jetzt hier von außen nach innen. Reindriften. Vollspeed geben. Reindriften. Und Kent Kaufman hat sich hier auf Position 2 vorgeschoben. Katie Justice muss da einen Platz lassen. Wahrscheinlich aufgrund unseres kleinen Disses. Diseases. So. Und damit fahren wir hier als Erster über die Ziellinie. Ja, gut. Natürlich kann ich stolz auf mich sein, weil ich dich besiegt hab. Wer hat überhaupt mit mir geredet? Wer bist du? Du Latten. War das nicht gerade der letzte? Der letzte Platz hat hier gesagt, ich kann stolz auf mich sein. So. Und damit geht es in das zweite Rennen. Rein da. London bei Nacht. London bei Nacht. Wunderschön. Was aber auch sehr bezeichnend ist. Jetzt haben alle, die das Fahrzeug haben, was ich hab, sind auf dem vorderen Rengen. Vielleicht bin ich so ein bisschen, den ihr, ihr Sternbild, ne? Die schauen so zu mir auf und sagen, alle, Alter, ich hab genau dasselbe Fahrzeug, das er hat. Das heißt, wir können es alle schaffen. So. Da ja, erstmal rein. Mit dem Arsch vorneweg. Richtig schön reingetroddelt. Na, bremst lieber ab, genau. Das wär für dich böse ausgegangen. So, Katie Justice. Ah! Alter Latz. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Er möge sich bitte freiwillig melden, die Hose runterziehen. Du Arschloch. Das war doch kein Block, oder? Ne, Pierre. Pierre. Arschloch. Pierre hat hier einfach mein schönes kleines Playmobil-Auto kaputt gemacht. Ja. Ich konzentriere mich. Ich bin wieder da. So, John Harrison. Keine Ahnung. Ich hab leider nicht aufgepasst, welchen Platz du... Welchen Platz du... Ja. Ich dräng dich ab. Ist doch klar. Oh! Johnny! So, Platz 7. Toll, Johnny. Das hast du toll hingekriegt, weil du einfach mir nochmal vor die Linse fahren musst. Aber das müssen wir jetzt ausbaden. Boah, wie er mich battelt, wenn er schon da mal abbremst. Macht er nicht. Macht er nicht. Lässt er nicht locker. So, aber die fahren alle relativ dicht aufeinander. Also eine gezielte Aktion von uns. Wir könnten uns wieder in die Vorderposition manövrieren. Aber man muss natürlich auch erstmal eine Lücke finden. Ich finde, gerade London ist da auch... Nicht so verzeihend! Schwarz. Wie soll ich denn da dran vorbeifahren? Die sind wie eine fahrende Mauer. Äh? Scheiße. Letzte Runde. Jetzt... Nee, ist es nicht, nee. Hat das irgendwer behauptet? Du Lappen. Scheiße, ey. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Plätze gut machen. Das gibt viel zu wenig Punkte. Und hier, ey. Die kriegen die Kurve immer so geil. Uh. Ganz knapp vorbeigedriftet. War leider zeittechnisch natürlich ein absoluter Flop. Alter, was macht die Karre? Was macht die Karre? Wenn man hier wirklich in der Bredouille ist, kommst du mit der Karre nicht hinterher. So, beide Wiederholungen verbraten. Jetzt müssen wir irgendwie mal langsam ran an den Speck. Jetzt an der Innenkurve, dann haben wir sie. Okay, die Justice führt die Rappelbande an. Macht sie gut. So, Pierre. Wie ist Pierre eigentlich vorne? Wieder gar nicht. Okay. Zweiter Platz. Aber ganz ehrlich, mehr war da jetzt auch nicht auszuholen, oder? Ich wollte den Crash am Anfang lassen. Ganz ehrlich. Das war John Harrison. Dem gehört einfach manchmal richtig schön eine Bugpfeife mitgegeben. Okay. Letztes Rennen. Ich glaube, wir sind auf dem Platz 2. Ersten Platz. Ersten Platz. Glaube ich. Und Katie Justice müsste hinter uns sein. Im ersten Rennen war sie auf Platz 3. Seht ihr das auch so? So, kurz im Kopf überschlagen. Im Kopf überschlagen. Das tun sich auch immer meine Sätze, wenn ich gerade irgendwas reden will. Und dann auf einmal rede ich das dritte Wort vorm zweiten Wort. Und dann kommt Kauland H.B. raus. Katie Justice ist auf Platz 2. Mit zwei Punkten hinter uns. Das heißt, wir haben einen kleinen Puffer. Um genau zu sagen, ein Platz haben wir jetzt Puffer. So, John Harrison. Der ist alle aufhorchend. Das stimmt. Es ist wirklich erstaunlich, wie er eben auf dem letzten Platz hier überhaupt das Rennen beenden konnte. So, jawohl. Wir müssen jetzt also Katie Justice auf Platz 1 und wir auf Platz 4 gehen natürlich nicht. Ja, ist klar. Wir müssen jetzt mindestens den zweiten Platz erreichen. Eigentlich noch besser, wenn Katie hinter uns ist. Aber Katie Justice, die fährt hier einfach locker flockig davon. Die kann es aber auch. Ganz schön still, Leute. Nee, ich laber. Oh, Katie. Mann. Du hast einen schönen pinken Arsch, aber musst du mir den ins Gesicht drücken. Nicht jetzt, erst nachher im Anrennen. Die wird jetzt gefistet hier. Mit dem Fist auf dem Arsch. So, Katie. That's it. Damit ist sie weit abgeschlagen. Und John Harrison, der eben letzter war, freut sich hier über dieses kleine Techtel-Mächtel zwischen mir und Katie Justice und nutzt das Ganze hemmungslos aus und fährt auf Position 1. Fühlt sich natürlich wie der größte King. Aber, ähm, ne? Das Ganze war natürlich nicht von ihm ausgehend. So, wollen wir nochmal gucken, ob wir den noch irgendwie kriegen. Der fährt natürlich gut. Hier gefährlich. Durchrollen, durchrollen. Alter! Ich rolle und trotzdem, ich hab keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich, weil man aus dem Dreck rauskommt. Der Schlabberschlons, der hinten noch unter den Rädern, haben Reifen dran. Oh, Katie Justice, da liegen Teile von dir. Ähm, und dann kommst du hier auf diese glatte Unterfläche. Den glatten Unterboden. Und da hat man einfach keinen Grip. Das Gummi hat keinen Kontakt zum Boden, sondern da ist der Schlamm dazwischen. So. Ich hab das genauestens analysiert und das wird's höchstwahrscheinlich sein. Was natürlich auch ganz geil wäre, wenn man im nächsten Teil spezielle Reifen auswählen könnte, oder? Also nicht nur die Fahrzeuge. Das ist so ein bisschen Simulations... ...noch simulationslastiger wäre. Das wär cool. Oh! Leberwurst, die ist schön. Da ist einfach meine Knautschzone viel zu gering vorne. Ich hätte schwören können, dass ich ihn jetzt schön hinten eine mitgebe. Johnny. Da hast du Glück gehabt. Da hast du echt grad Glück gehabt. Na gut. Alter Latz. Julius Silver wollte uns hier aus dem Rennen rausnehmen. Oh, meine Knautschzone ist weg. Okay, John Harrison. Die 10 Punkte mögen dir gehören, aber der Gesamtsieg gehört nur einem. Und zwar von Földefrans. Katie Justice mit 18 Punkten hier noch auf Platz 2. Und Julius Silver, die uns eben, oder der, uns aus dem Rennen nehmen wollte, auf Platz 3. John Harrison kriegt nochmal richtig viele Punkte mit 10 Stück. und kann sich auf Platz 5 vorsetzen. Sehr schön. Sehr schönes Event. Hat mir Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, da gucken wir gleich nochmal ins nächste Event rein. Was uns da noch so schönes erwartet. Hey, Flitzer. Ein tolles Rennen. Dein Sieg freut mich. Lüger. Du alter Lüger. Das stimmt gar nicht. Das würde niemanden freuen. Du kannst ruhig ehrlich sein und sagen, du Arschloch. Du hast mir den Sieg geraubt. Und das stimmt ja auch. Das hab ich. So, das haben wir abgeschlossen. Als nächstes geht's hier nach Kroatien. Dort folgt das... Oh, Raid und Rally. Raid und Rally. Und dann geht es weiter nach Japan. Da kommt nochmal Rallycross. Okay, Leute. Das war's aber für heute von Colin McRae Dirt 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Damit ihr natürlich auch die letzten entscheidenden Rennen hier bei mir mit Dirt 2 nicht verpasst, gibt's eine Lösung. Klickt einfach den Abo-Button, die Glocke, lasst ein Like da, kommentiert und seid das nächste Mal wieder zurück auf meinem Kanal. Euer Fanförle Franz. Ciao.